Hi, hallo, lieber Klaus Peter. Ja, jetzt bist du schon über zehn Jahre im Bundestag. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie damals die Diskussion um deine Direktkarnitur abging. Ich wünsche dir natürlich alles Gute für den Bundestagswahlkampf, der jetzt vor der Haustür steht, für die nächsten Wochen. Auch meine Unterstützung ist dir sicher. Tschüss. Lieber Klaus Peter Wilsch, wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Ich wähle Sie, weil Sie unsere Region und unsere Belange in der Stadt tatkräftig unterstützen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Wahl. Dieses Land muss mit Sachkompetenz und dem Blick auf das Machbare geführt werden. Schönwett der Politik, die sich nur nach den Schlagzeilen in der Zeitung richtet, ist nicht von Dauer. Die CDU steht für verlässliche Politik für Menschen und die Umwelt in diesem Land. Angela Merkel hat klug die Auswirkungen der augenblicklichen Wirtschaftskrise mit Augenmaß und Weitblick entgegengesteuert. Sie stützt sich auf die Abgeordneten vor Ort, die wie Klaus Peter Wilsch die Belange und Interessen der Region in Berlin vertreten. Ein Beispiel dafür ist der Einsatz für das Projekt Weltkulturerbe Mittelrhein oder die Problematik des Bahnlärmens im Rheingau. Bei der Wahl kommt es auf jede Stimme an. Bitte gehen Sie zur Wahl und wählen Sie Klaus Peter Wilsch. Danke.